Für 16 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren sind die ersten beiden Wochen der Sommerferien etwas ganz Besonderes. Sie haben einen der begehrten Plätze der Themenwochen im Jugendhaus in Dötlingen ergattert. Das übergeordnete Thema ist in diesem Jahr Zeitreise. Dazu wurde im Jugendhaus eine Zeitmaschine eingerichtet. Mit ihrer Hilfe reisten die Kinder in der vergangenen Woche in die Steinzeit. Anschließend ging es in die Zeit der Römer und Germanen und ins Mittelalter. Die Kinder haben gelernt, mit Hilfe des Kartoffels sowie des Linoldrucks Bilder auf einem Blatt Papier zu drucken. Neben dem gemeinsamen Frühstück gibt es in den zwei Wochen noch viele weitere Rituale.